hallo und willkommen zurück zu pretty old pixel und dem replay von star trek 25 anniversary mein name ist selma und das letzte mal hatten wir festgestellt dass wir hier noch auf einer raumstation sind mit dem virus der nur romulaner und vulkaner anfällt und ja spock ist schon mal identifiziert infiziert jetzt müssen wir versuchen ihn und die wahrscheinlich auch romulaner die hier unten sind zu retten unter uns im zweiten deck dazu brauchen wir hier den okay jetzt habe ich den gas tank habe ich den jetzt kann ich ihn frei rumtragen und jetzt können wir rüber gehen und ein sample des virus dings hier ich hoffe das kann ich jetzt hier dran anschließen das ist in a microwave jemm this is a delicate this isn't a microwave gut dann mach du das Das ist nicht ein Microwave, Jim. Nothing happened. Hm, wenn... Nein! Nein, 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 hm. Geh mal da hin, so. Will ich das jetzt mit McCoy benutzen? So, er möchte jetzt was anderes. Nozzle. Aber wo zum Henker ist das Nozzle? We have to attach something. This device is used for the rapid reproduction of viruses. This device is used for... This chamber is where... Wie? Woanders, in einem anderen Raum? This device is used... This is a research lab. A device to accelerate neutrinos. Hm. A device to accelerate... This is a research lab. This is a research lab. This is a distillator used to isolate... Woanders, das Spock mal? Nein, wir haben da draufklicken. A device dabei! Wir müssen die Ouroboros virus cultures... Schreie! Da ist nichts gerade für mich zu tun. Captain, ich glaube, Dr. McCoy hat das Necessary... Wir müssen etwas erstellen zum Zverein schraubchen. Was ist das? Hier hinten kann ich jetzt klicken. Ist hier irgendwo ein Kabel oberen? Also wenn ich aber so mache, dann habe ich automatisch wieder, hmmm. Ja, das ist keine Mikrowelle, das habe ich klopiert. Ich bin mir jetzt aber unschlüssig, wo, vor allem kann ich hier unten weiterlaufen? In einem anderen Raum? Spock, check out the station's computer and see what you can dig up. Spock, check out the station's computer and see what you can do. Das hatten wir ja schon. Sag da jetzt noch mal was Neues? Please select subject file. Ouroboros virus. Oh. Ouroboros virus. Atypical growth patterns for L-type virus. Opportunistic pneumococcal mimic affecting Romulo vulcan genotype. Etiology, contact or airborne vector with alveoli microcollapse. Involvement immediately upon exposure. Tissue dehydration follows normal flooding. Mortality. 0.6 in 1.0 stardates. 1.0 within 2.0 stardates treatment. None. Named for the mythic world snake that swallows its own tail. Please select subject file. Ouroboros virus. T-L-T-D-H gas. T-L-T-D-H gas. The chemical compound. Tantalum. Bilithium. Phthalo. Dihydroxide. Colorless. Odorless. Non-flammable. Gaseous at 1 atm. And temperatures within the human norm. Early anesthetic among Vulcans and Romulans, in whom it produces laughter. Feelings of exhilaration. Euphoria. Sometimes leading to unconsciousness. In post-industrial pre-spaceflight era, a social problem evolved when crude T-L-T-D-H became popular to cook up from non-conductive tantolithial compounds commonly used as electrical insulation. Please select subject file. Ouroboros virus. T-L-T-D-H nitrous oxide. Nitrous oxide. A colorless non-flammable compound. N2O. Gaseous at 1 atm. And temperatures within the human norm. Early anesthetic among humans. In whom it produces laughter. Feelings of exhilaration. Euphoria. Lachgas. Still, stick to it. Still, stick to it. Please select subject file. Ouroboros T-L. Nitrous. Ammonia. Ammonia. A colorless pungent compound. NH3. A common by-product of metabolism in carbon-based life forms. Liquid or gaseous at 1 atm. Compounds widely used in agricultural, medical and industrial applications. Please select subject Ouroboros T-L. Nitrous. Ammonia. Dihydrogen oxide. Dihydrogen oxide. A colorless, tasteless, non-flammable compound. H2O. Water. Liquid, solid, or gaseous at 1 atm. Temperature scales defined in most humanoid cultures by state shift of pure water. Please select subject Ouroboros by exit. Database. Dihydrogen on exit. Das ist alles. Im Anbetracht der Tatsache, dass es jetzt gesagt wurde, wie man Stickstoff und den ganzen Kram macht. Irgendwie die Vermutung, wir können etwas machen, aber uns fehlt noch irgendwas. was vielleicht dieses gitter benutzen ja you fail to obtain anything das ist aber auch nicht so aber es ist doch schon offen this is a screen in filter for the ventilation shaft this is a vent shaft that leads to the lower level the shaft is too small to crawl through you fail to obtain anything you fail to obtain anything you fail to obtain any the shaft is too small the shaft is too small okay das bringt auch nichts darunter können wir nicht the chamber is empty was passiert denn wenn wir das da rein stellen okay nothing happens there is nothing at the moment for me to do there there is nothing at the moment for me to do there so mach mal auf gas feed is on gas feed is on okay the machine synthesizes a quantity of wet gray goo i think we can call that one a failure bones okay und wenn ich nichts drin habe the machine synthesizes a liter of pure water a clean drink of water but i don't see its application in the context of our difficulties captain you take a one liter container of pure water you take a one liter container of pure water okay okay um oh nothing happens gas feed is off nothing happens nothing happens okay kann ich irgendwie nicht kann muss ich äh muss ich die auch erst da mit dem anti-grav ding rausnehmen you attach the anti-grav unit to the gas tank transfer so habe ich nicht aufgepasst was passt denn jetzt und öffnen gas feed is fascinating captain but it doesn't appear to get us any clue okay das war also nicht die lösung ach ne moment so weil ich ja nicht den schraubenschlüssel in der hand hatte okay hm nehmen wir auch mal mit die lösung den schraubenschlüssel in der hand und auch bei den Gasfeed is on. You attach the anti-grav... Ähm... Nothing happens. Nothing happens. Wie ich kann. You install the gas tank. Ich hoffe, das war jetzt nicht die Kombination, die ich gerade schon mal hatte. Gasfeed is on. Die Maschine synthesizes ein Liter of Nitrous Oxide. Be careful with that canister, Captain. Ich denke, er würde nicht interessieren, dass es den Effekt von Laffing-Gas in diesen Strait ist. Du meinst, dass es nicht digniert ist, Spock? Es ist, am besten, nicht verwendet für eine Starship-Kreuz auf dem Weg, Doctor. You take a 1-Liter-Container of Nitrous Oxide. Okay, jetzt haben wir... ...was erstellt an Gasen. Save new game. Cancel. Delete previous game. Save new game. So. Vielleicht können wir jetzt hier ein bisschen was bei mir machen. Ähm... 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 Das war... Moniak. Das ist für Viruskulturen nur, Jeff. Okay. 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 Hm. 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 noch eine andere möglichkeit da wäre wieder was rausgeworden oder muss damit verbinden ach mist you take the oroboros fire tja schauen wir mal was mir jetzt sagt das war schon mal falsch dann dann gut das hat nur nur das mal würde jetzt gerne das irgendwie logisch angehen aber so richtig okay jetzt scheinen wir irgendwas zu haben durch ich zufall genau das richtige okay war das hier um mehr herzustellen das ist ein distillator, benutzt um spezifische kompaktes zu isolieren aber ich habe lieber noch mal das mit sicherheit gleich wieder weg so versuchen wir das mal kann ich hier oder kann ich nicht ja gut dass ich gespeichert habe ja oder oder ... ... ... ... ... ... Ah, irgendwie... das scheint auch nicht zu sein das ist die linie im maschinenraum wüsste ich jetzt auch nicht dieses lachgas was ist das es seems to be no effect das ist das falsche das andere war wasser das ich werde jedenfalls nicht beschossen das ist ja schon mal positiv vielleicht ich hoffe ich kann die gleiche durchlösen save new game naja Okay. Gehen wir da mal hin. Ah, okay. Ja, it's me. It's a me. Frau natürlich zuerst. Genau. Thank God, it's you, Jim. I'm so glad you came. Anthony and I will look after these Romulans, Jim. Dr. McCoy, we could use your expertise on discovering a cure for the virus. All our equipment is at your disposal. Anthony and I will look after these Romulans. It's about time someone got... Okay, die jetzt zu befreien hilft nicht wirklich. Was ist das hier? An odd-looking device almost like a 20th century torpedo fitted with an experimental gear. My God. That's some kind of weapon. Everyone on this project is an avowed pacifist doctor, myself included. We do not make weapons. Mhm, genau. Some odd-looking equipment connected to the torpedo. What does this stuff do? What's going on here? We're conducting research into the origins of life in the universe. This is our equipment. We believe that... Well, I guess you don't have the time. You can get the background in my doctoral thesis. Mhm. Well, thank you all. Thank you. Thank you. Thank you. This long time even my坐 before I came back up. Let me know who we are.